Hallo, mein Name ist Tobias Spröte, ich bin der Gründer und CEO von Möwe Bikes und heute wollen wir auf die Clips vom Horst Löning eingehen, der bei uns war und sein Möwe-Fahrrad mit Sci-Fly-Antrieb abgeholt hat. Und unter dem ersten Video, was wir auch unter diesem Video verlinkt haben, gab es ja etliche Fragen und eine der häufigst gestellten Fragen war, ich glaube ich habe das Sci-Fly doch noch nicht verstanden. Die Aussage mit der virtuellen Hebelverlängerung macht mich irgendwie stutzig. Ja und genau auf diese Frage werden wir heute mal näher eingehen. Also bis gleich. Ja dann wollen wir uns heute also der virtuellen Hebelverlängerung mal widmen. Klingt ein bisschen kryptisch, ist aber ganz einfach, weil letzten Endes ist es bei Sci-Fly einfach nur so, dass wir zwei Wippen hintereinander schalten. Aber wie das funktioniert, zeigen wir euch mal am Schnittmodell. Wir betrachten jetzt also die Kurbelstellung auf 3 Uhr, also in dem Bereich, wo die Sci-Fly-Kurbel 30% mehr Drehmoment bei gleicher Kraft generiert. Und dazu schauen wir uns als erstes mal das Pendelsystem an. Das besteht also aus der Drehtkurbel, aus dem Pendel und aus dem kleinen Kurbelärmchen. Das sieht man jetzt hier hinten nicht so gut. Und im Wesentlichen ist dieser vordere Bereich einfach funktioniert wie eine Wippe. Das heißt, unsere Kurbel ist nicht mehr an einem Punkt, also an dem Achsmittelpunkt aufgehangen, sondern an diesem Pendelpunkt, verbunden also mit diesem Pendel. Und hier hinten mit diesem kleinen Pläuel. Wenn wir das jetzt isoliert uns anschauen, ist das nichts weiter als eine Wippe. Dann muss hier hinten eine Kraft wirken, die viel höher ist, weil dieser Hebel kürzer ist als dieser Hebel. Schauen wir uns das mal an dem ersten Rechenbeispiel der Stufe an. Wie funktioniert das Ganze? Das nennt sich in der Statik, wie wir es jetzt hier aufgezeichnet haben, Freischneiden und Betrachtung des Kräftegleichgewichtes. Das heißt also, dass ich mir die beiden Seiten anschaue. Ich habe jetzt also hier die Kraft, die auf das Pedal wirkt. Wir haben die mal mit 100 Newton angenommen. Und diese Kraft erzeugt ein Drehmoment, kann sich jeder gut vorstellen. In dem Uhrzeigersinn. So, und jetzt muss nach dem Gesetz Actio gleich Reaktio hier hinten eine Kraft wirken, die das System genau entgegengesetzt ins Gleichgewicht bringt. Und aufgrund dessen, dass der Hebelarm, das ist nämlich A, länger ist als B, ergibt sich über das Momentengleichgewicht im Ergebnis, ihr könnt das dann auch selber nochmal eingeben und nachrechnen, eine Kraft F1 von knapp 250 Newton. Das heißt, wir haben also die 100 Newton, die wir hier vorne reingeben, um Faktor 1,5 verstärkt in der ersten Stufe. Das jetzt einfach mal sinnbildlich. Das war die erste Wippe am Sci-Fly-System. Das ist also der erste Grund der virtuellen Hebelverlängerung. Jetzt kommt die zweite Wippe. Die sieht man etwas schwerer. Und zwar ist das der Hebelarm dieses kleinen Pleuels hier hinten. Vielleicht kann man mit der Kamera auch nochmal näher rangehen. Dieses kleinen Pleuels hier. Und der Radius dieses Zahnrades. Das ist also die zweite Wippe. Wir können jetzt wieder Zahlen einsetzen, funktioniert aber ganz genauso. Das heißt, auch hier verstärken wir jetzt diese Kraft nochmal. Und in der Summe führt das dann dazu, und jetzt müssen wir uns auch nochmal das Sci-Fly-System angucken, dass wir an der Zahnradflanke des kleinen Zahnrades eine Kraft haben, die über den Achsabstand, also das ist der Abstand der beiden Zahnräder, das Drehmoment am Sci-Fly generiert. Was dann auch über die Trägerplatte, über das Kettenblatt abgegeben wird. Und das ist sozusagen die virtuelle Hebelverlängerung. Warum virtuell? Weil wir den Hebel einmal über die erste Wippe nach hinten raus verlängern, über die Abstützung des Zahnrades dann wieder in diese Richtung verlängern. Und das ergibt einen 30% längeren Hebelarm. Also ausgehend von einer 175er Drehtkurbellänge, hat das Sci-Fly in dieser Position eine Drehtkurbellänge von über 220 mm. Jetzt ist aber der Effektive, und das ist das Wichtige dabei, der Hebel, den der Mensch also hier an diesem System jetzt spürt, der ist kürzer, weil wir ja den Hebel nach hinten über die Doppelwippe verlängert haben. Und wie lang ist der? Der ist nämlich 160 mm. Warum ist der 160 mm? Das System Sci-Fly dreht sich um die Mittelachse des großen Sonnenzahnrades. Und diese Mittelachse, das ist in dieser Position ungefähr der Pendelpunkt, hat eine Länge, das sieht man jetzt nicht ganz, von 100, ihr müsst mir jetzt mal glauben, von 160 mm. Das heißt, die Drehtkurbel ist also für den Menschen kürzer als eine normale Drehtkurbel, ist aber effektiv um Faktor 1,3 länger als eine normale Drehtkurbel. Und das ist das Geheimnis der virtuellen Drehtkurbel oder der virtuellen Hebelverlängerung. Und das bedeutet, dass wir durch dieses Einfahren und durch das Ausfahren dynamisch den Hebel in den Sektoren verlängern, wo man die meiste Kraft beim Radfahren reingibt. Und das ist eigentlich der Sinn der Sci-Fly-Mechanik. Ja, jetzt gibt es wahrscheinlich noch ein paar Fragen. Ihr könnt mir auch gerne nochmal Fragen zu den Berechnungsdetails schicken, beziehungsweise sollte es eurerseits noch Themen geben, die euch interessieren. Ich weiß, ihr wartet auch mit Spannung schon auf das erste Beweisvideo. Wir haben ja dazu erstmal nur so einen ganz kurzen Teaser freigestellt. Der kommt dann auch nächste Woche. Wir freuen uns da auch sehr drauf. Wir sind nämlich gerade dabei, das so aufzubereiten, dass es sehr, sehr einfach zu verstehen ist und auch ganz eindeutig nochmal erklärt, ohne dass wir den Menschen mit dabei haben, warum Sci-Fly einfach ein effizienteres Kurbelsystem ist als die Drehkurbel. Ja, dann erstmal herzlichen Dank für euer Interesse. Euer Tobias Spröter.